Was ist das denn? Mir geht ja nicht mehr so. Oh, was ist das denn? Sonst liegt der auf Eis. Warte, warum kennt ihr euch? Na ja, gut, zumindest ein paar. Ich hab euch ja gesagt, dass der Unterschied ist. Hey, lass deine scheiße Amo bei! Wie ist das denn? Ich glaube, das ist falsch. Das sieht hier irgendwie, oder? Das ist ja auch so eine... Und es ist... Und es geht hier weiter. Wer weiß, wer weiß. Nee, geht hier nicht weiter. Okay. Naja, sind wir halt hier in eine Falle geteilt. Zehn Ton Blut auf mir! Warum? WIRBELSTÜRMCHEN! 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 Ich vermag der Blut. Woaa, wiegerständische Stütz. Echt epic. Stimmt. Oh, ja. Ja, ich würde mich saubern. Boah! Das müsste aber... Oh, ja, Baby! Yeah! Ah, 19. Einschlag! Ich hab schon gemarfen in der letzten Folge. Es müsste theoretisch richtig sein. Es wird noch nichts anders sein, was ist jetzt? Es müsste aber richtig sein. Ich hoffe es ist nichts. Ich könnte ruhig mal langsam was angezeigt werden, um zu bestätigen, dass wir richtig sein. Ja, müssen wir ja. Oh, das ist schön. Hast du es jetzt, Liege Mann ey? Es muss ja richtig sein, ja. Jetzt wird es auch angezeigt, dass wir richtig sind. Turm der verdammten Ebene 1! Ja, ab jetzt wird es richtig cool. Guckt euch das vielmal ja, ey. Na gut, das sieht man jetzt nicht gut. Ich zeig euch besser was. Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Hier gibt's mehrere Ebenen. Ich weiß nicht, drei Stück. Drei oder vier Stück, glaub ich. Gibt's an diesen Ebenen. Alter, da vorne, der sich immer behebt. Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Ja, ich sammel jetzt nicht hier. Wow! Ähm. Warum habe ich gerade richtig Schaden wahrgenommen? Das war ja nööö. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Wir tragen mal wieder zu viel wie immer. Ah, da unten müssen wir hin. Okay. Müssen wir nur noch da den Weg richtig finden. Kann ja nur hier losgehen. Da seht ihr wieder dieses riesen Monster. So wie die Kräme Schäme. Naja. Wann will ich das riesen Monster sein? Ist alles gut. Ey, ey, ey! Bleib zu stehen! Oh, lieber! Sieht ja sogar so furchterregend aus, oder? Wow! Oh, so Mist! Was haben wir denn? Warum sehe ich denn die Wolter? Ich bin so vieles Schöpfello mitgegen. Ich bin so vieles Schöpfello mitgegen. Ich bin so vieles Schöpfe. Nein! Nein! Äh, der P-Games dabei. Äh, viel Gb ist dabei! Älter! Ich habe nicht da unten noch besiegen! Ich habe da glaube ich, was Gutes gesehen, oder? Wusste ich gar nicht. Man kann tatsächlich noch gute Sachen finden. Das schmeißen wir mal weg. Und dann nehmen wir das. Wow, für unser Dämonenjäger. Na gut, Stülfe 46. Das sind wir noch lange weg. Das werdet ihr auch nicht mehr miterleben. Wie gesagt, es wird nur einmal komplett durchgespielt. Weil von der Story her ist es immer das gleiche. Und ich werde euch jetzt helfen. Mensch, bringt euch nicht weiter. Äh, das ist das, was ich noch nicht mehr gesehen habe. Habe ich noch keine Zeit, oder? Ich habe nicht mehr gesehen. So, aber nein. Irgendwieso. Aber ich habe ja nicht gestellt. Ihr habt ja vorhin gesehen, was ich gestellt habe. Wenn ihr gesehen habt, habe ich auch nicht mehr gesehen. Oh, das ist doch ein E-Fall. Ich bin ja so gut. Wie ist das, was ich verwende? Warum habe ich mit den Spenden? Sieht halt so cool aus. Ich muss schon mal doch verstehen. Den nimmst du doch. Oh, Lenzi. Oh Gott, Jun, der weiß hier so nicht! Hm, dann sind wir richtig gegen ihn! Das ist wieder so ein Giesenvieh! Ja, das haben wir langsam verstanden, dass du zuviel trägst, aber das ist ja auch Wuschel! Alter, wie blau ist das hier? Ich kann nichts mehr aufheben! Das hast du glaub ich schon mal erwähnt, Jun! Da sind wieder Leckeres! Leckeres! Da ist wieder so ein Vieh! Ey, guck da mal! Er hat nicht mal mehr auf! Brutal! Oh naja, soll nicht unsere Sorge sein! Wir gehen weiter unseren Weg! Wer hoffentlich... Was ist denn? Ich treffe ich bitte noch um! Was ist denn? 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 Ich kasten meine Tonaros! Ebene! Nein! Das Herz! Denn... Ja, das ist ja sozusagen die dritte Ebene! Da hatte ich ja sozusagen fast recht! Mit drei Ebenen! Ähm... Gegner? Haaaah! Ich hatte schon lange Zeit! Ja klar! Ich finde, wir gehen mal rechts! Gehe immer links! Immer links! Immer links! Immer links! Immer links! Heute ist Linkshänder-Tag! Na gut, wenn ihr das kennt, dann ist natürlich nicht der Linkshänder-Tag! Na ja! Das Gelbe, das wir jetzt haben! Okay, Leute! Wir gehen mal kurz verkaufen, weil... Das ist mir langsam zu blöd, dass wir nichts mehr aufnehmen können! Oh! Das dauert ja auch nicht lange! Mal kurz strecken und recken! Damit kann Tonaros auch hier... Oha! Und die Menschen wirbeln hier rum! Das wird so schön! War das jetzt besser? Mhm, hab ich nicht drauf geachtet! Naja! Toll! Ich hab mal wieder die Waffe nicht fertig gemacht! Ups! Volle Tag auf den Händler, ey! Böser Händler! Was hast du getan? Hoffentlich ist noch Platz dafür, jo! Mann, ist meine Tasche voll! Eppig! Eppig Gegenstand! Eppig! 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 Na ja, gut! Ähm! Eppig! Halt! So! Egal! Äh, die Seite nicht vergessen! Okay! Run! 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 Rote, die schmolzen! Ich kann mir mal wieder was einsamen hier, ey! Ist das ja dann auch nicht... Oh, der ist explodiert und er hat mich nicht umgebracht! Ich wär um das! Ha! Nicht mal das Feuer an uns geschaut! Geil! Zit! 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 demander Hand! Dein Praise! Ihr seid geförekt! Ja! Ich bin so eu Frig! Ich hau dir jetzt andere auf die Birke! Wenn es du drüben lässtst! ... Die Gebieterin der Lüsten vielleicht ganz gut ist. Äh, ich muss mal schauen. Ich bin voll nur schlussisch. Ja! Ich möchte euch nicht ermüden? Ist das nicht mein Zimmer, Stroh? Ich hab nur Angst vor mir, das will ja auch richtig sein. Draußen sind die Brust. Ich gehe weiter. Ich? Ich lass mich gleich tot, Aldermee. Ich hab dich fast weggeboxt, aber richtig. Ich bin schon mal überruhig. Ja, aber hier ist keiner auf die Brust. Oh, dieser Scheiß-Aktank. Oh, wie geil ist der? Oh, wie viel Gelb haben die hier eingebaut, ey? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß gar nicht, wie viel Gelb haben wir heute schon gekriegt? Genug! Ähm, 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 ähm. So nah schon. So nah schon. Ich weiß sogar, was du sagst und dass ich dort stehen würde. Ähm. Warum ist das so ruhig? Jaa, neuer Rekord. Jaa, neuer Rekord. Jaa! Das macht genau so Spaß. Das ist so ruhig. So, ich stimm mal in der Welt. Oh, die ist schon wieder. Neck ich, was andere rauskommt. Nein, man Leiter. Oh, ich habe jetzt mal ein bisschen geholen. Oh, ich habe zwei Pläne. Was ist hier, neuer? Nein! Hau, ich hab den Kopf mal hier. Wir haben hier... Die Sterne... Hey, so hab ich die gar nicht geschnitten. Eeeeh! Eeeeh! Was wär's die Gäste? Die Gräte haben wir geschnitten. Ich bin da, die... ...schweiß... 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 Äh... Hallo, was ist denn jetzt? Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, die waren sehr, sehr schwach. Schon da, ein, mit der Ausbildung genossen bei dir, oder was, ey. Oh. Oh. Was stand da? Sofa? Ich hab gelesen, ich hab ein Sofa aufgenommen. Sie haben ein Sofa aufgenommen. Sie können sich jetzt umsetzen und sich ausruhen. Während die Gegner umgehen. Der Hand! Das ist doch mal lustig. Nee, Highspeed! Highspeed stirbt an meinen... Oh. 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 Der Konkubine wird dir schon bald die wahre Bedeutung zeigen. Mhm, da hab ich immer gespannt. Na wieder, was müssen wir jetzt? So muss das auch sehen gehen. Ja, das sieht anders. Turm der Verfluchten, Ebene 1. Jetzt denkt ihr, da hat ihr aber eben... Nein, es gibt Zweifel. Ich hoffe doch, das geht euch nicht zu viel. Was ist das Problem? Das heißt, ich muss mal reingehen. Ob das Monster... Wieder ein System. Und... Und dann geht's wirklich an. Was ist das Problem? Oh, das ist genau der Bedeutung. Ich dachte, das ging bis ab 4. Hätte ich eigentlich vorhin gucken, wenn das nicht. Wird schon... Oh, da auf die Linke ist schon. Oh nein, wir rennen durchs Feuer. Schade, ich sagte Feuerchen. Ja, Feuerchen. Ich werd gemockt vom Feuer, ey. Muss man sich mal reinziehen. Ich geh jetzt immer wieder in Superstorm los. Oh, die sind so von sich eingenommen, dass sie denken, ja, ich bin so großartig. Da unten müssen wir ganz hin. Okay. Wo ist denn die Treppe hier nach unten? Hier geht's ein Stück runter? Wo ist denn die Treppe? Können die großen Monster mal ihre Backen halten? Gehen wir mal rein? Nein, aber nicht nur die Backen. Scheiße! Ich muss das, wenn wir nicht vereiseln. Kann ich nicht? Ja, und dann haut das rein. Ich bin jetzt nicht mehr so großartig. Ich bin jetzt nicht mehr so großartig. Ich bin jetzt nicht mehr so großartig. Ja. Ich bin jetzt schwer verletzt. Die großen Monster würden mir so glaube ich schon helfen. Alter, wie kann man sich von so einer kleinen Schmiede anstürz dran lassen, wenn man... Keine Ahnung, wie sie das geschafft hat. Ja, wo kommt denn der Strahl noch her, hier? Einsam und verlassen. Macht er noch seine Lichteffekte. Schon wieder lieb. Ich bin jetzt schon. Wo war's denn? Ihr seid so nah. Es kommt fast bei mir. Ich bin auf meiner Seite. 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 Du erwartest nicht mich? Du freust dich schon, dass ich dich gleich besiegen werde. Mit der Worn hätte dabei. Ich bin auf meiner Seite. Ich bin auf meiner Seite. Was ist nur daran? Kann dich nicht... Hat das Vieh gerade gerülpst? Alter, bleib doch mal stehen! Komm die mal an! Mach doch mal an! Mach doch mal an! Ich glaub, wir können nichts vertragen. Genau. Jetzt geh aber nicht nochmal zurück, ey! Verstehen die, warum das im Winter so eingegrenzt ist? Das ist echt. Das war ja langweilig. Ich wollte gerade eine Taste mal wieder drücken. Ich weiß nicht, was heißt das hier? Ich bin an, was heißt die…? Ach so schnell. Är immer noch zu machen! när das gibt's sie irgendwo dann! Dass du kannst. Das ist ungefähr zu schnell! Es ist zum Beispiel der teeth! Das ist compromise und nicht altro! Fast sich! Keine! Fl righteousness 이것!